Meine Damen und Herren, ich glaube es ist wieder soweit. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber freuen werdet, aber ein Faust-Kids hat mir nicht geschrieben. Can, du darfst nicht mehr auf meine Videos reagieren, deswegen habe ich wieder Bock bekommen. Ich habe Bock. Es ist ein sehr schönes Video von Faust-Kids online gekommen, meine Damen und Herren. Ein Tag schwanger sein. Und jetzt wisst ihr auch, warum er so sehr auf mich gehetzt hat mit Übertreib dich nicht, wieso redest du über die so? Dieses Mädchen ist seine Freundin. Er ist seine Freundin und die war die ganze Zeit hinter der Kamera. Rip ein Cheyenne an der Stelle. Und liebe Grüße auch an Loredana. Ich bin wieder da, Faust-Kids. Deine Klicks sind aber leider nicht mehr da, Digger. Was ist denn los, Mann? Doch, doch, doch. Faust-Kids, ich nehme alles zurück, bei dir läuft. Ich nehme alles zurück, Digger. Gott bewahre, in Schallof wird es bei mir nie passieren. So, gucken wir mal rein, würde ich sagen. Oh ja, ich habe die... Oh nein, im Moza, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich habe es vermisst. Was genau, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Was geht? Genau hier hin, okay? Faust-Kids ändert seine Freundin öfter als seine Unterhosen. Ich habe was richtig krass. Aber es ist ein süßes Mädchen, Digger. Solche wie es ist. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück und Inchala, behält ihr irgendwann wirklich schwanger sein. Also, noch heiraten ist das. Blehwe. Das ist schon mal auf den Finger. Drei. Die war ganz hinter der Kamera. Zwei. Eins. Was ist das? Das ist mein Baby gemacht. Nein! Das ist schon krass. Aber was machen wir, Leute? Wir sind älter geworden. Ich will... Ich will da gar nicht dazugehören. Soll ich? Oder soll ich mich? Soll ich? Oder soll ich mich nicht von meinem Stuhl runterschmeißen? Eins. Ja. Zwei. Nein. Ich mache es nicht. Wo die Schneide bitte hier rein? Wie ich von meinem Stuhl runtergebeine... Boah, der hat wehgetan. Scheiße, Digga, warte, warte, der... Ohohohoho. Ah, okay, die haben wehgetan, Bro. Das war nicht gut. Das sah auch beim Kippeln auch schon nicht gut aus, Bro. Warte, ich bin 22 Jahre alt. Wieso mache ich das? Ich werde... Im September 23. Wieso mache ich das, Digga? Wieso mache ich das, Bro? Oh, Bro, die haben wehgetan. Du bist alleinerziehende Mutter. Dein Mann hat dich verlassen. Du bist mein Mann. Nein. Faust geht's. Zie dich warm an, mein Lieber. Spaß beise, Leute. Sie wird heute für einen Tag schwanger sein. Und ja, das wird auf jeden Fall dazu wirken, dass ich... Oh, der hat mich ge... Um einfach mal zu schauen, wie die Leute darauf reagieren oder wie generell die Gesellschaft darauf reagiert, wenn so ein junges Mädchen so ein schwangeren Bauch hat. Es sieht schon echt aus. Wie alt ist sie denn? Bei 30.000 Likes muss Luca den Bauch anziehen. Na gut. Oh, Schanz. Wenn ich einen schwangeren Bauch habe, bin ich ein Mädchen, was im falschen Körper geboren ist und ich deswegen aussehe wie ein Junge, aber trotzdem geschwängert wurde von einem Mann. Lass keinen Like da bitte. Ich will mir das gar nicht antun. Das wäre immer das lächerlichste Intro, was je in meinem Leben gehört habe. Digga, was war das denn? Wo sind wir, Digga, 2015 mit diesem Lächelndrus? Ich küss doch dein Auge, Digga. Mach doch so ein Dubstep-Musik noch rein. Lurina auch? Ich habe Voskitzel, ich will nicht ganz ehrlich sein Dubchat. Ich komme. Achso, die Dame meint noch, bei 30.000 Likes wird Luca sich ein Dings umschneiden. Bei 10.000 Likes auf diesem Video reagieren wir wieder weiter auf Voskitzel. Wo bist du? Von deinem Haus, bitte? Von meinem Haus. Ob er kommt denn jetzt? Lurina oder was? Oh, hallo, Schützchen. Oh, da sind sie ja. Ich dachte, der hat die abgeschrieben. Lurina, was geht's? Oh, fegt denn das jetzt auch noch, dass sie jetzt schwanger ist, oder was? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wird jetzt wirklich eine Reaktion kommen von Lurina. Ist sie wirklich schwanger? Also, ich habe nur letzte Woche schon gesehen, da war ihr Bauch noch flach. Wie schnell ging das? Bitte nicht. Bitte nicht. Boah, was ist das für eine Hose? Ja, ich habe die schon gesehen. Wo hast du die? Die sind voll billig, die sind voll billig dort. Hey, sieht man das? Ja, na gut, immerhin haben die das nicht gefakt. Dankeschön. Erzähl mal, warum machst du nicht mehr im Staat? Alle haben dich vermisst, sie schreiben alle Loreen. Ich habe dich auch vermisst, Mann. Ich sage dir, wie es ist. Na, Lorena, Lorena. Lorena, 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 lass die Finger von dem Zeug. Ich war im Urlaub, da war nicht kein Urlaub. Leute, hier im Internet steht auf jeden Fall, dass so komische Essensgewohnheiten einer schwangeren Frau, zum Beispiel Gurke und Schokolade und Senf gleichzeitig ist. Ist das mal auch so, wie das schmeckt? Nee, doch. Sie hat es auf jeden Fall umgezogen und Lorena, wir werden jetzt runtergehen und wir werden jetzt auf jeden Fall Sachen essen. Okay, jetzt können wir kommen, es schmeckt gut. Komm mit rein. Wir schauen uns gerade Faustgills-Freundern an, wie die von schwangeren Leuten die Essverhältnisse nachmachen. Alles klar, meine Damen und Herren. Alles klar. Walla, Faustgills, ich habe dich vermisst, Bro. Schmeckt? Nein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu der Kamerafrau nach Hause und ich bin mal gespannt, wie die Leute im Bus und Zug darauf reagieren. Eine Stunde, ich bin beiratet, ich bin beiratet, ich bin beiratet, ich habe zwei Nächte an den Kurs. Wie willst du jetzt kennen? Wie? Und du? Ich bin Fazer, ich habe es erst seit zwei Tagen rausgefallen. Wie dann, du musst dich geben, Frau? Du bist Vater, du musst bezahlen. Dann kommt die Polizei von dir. Aber besser, äh... Nicht schlagen. Er hat geschlagen. Wo kommt die Film? Auf, äh, wie heißt das? Auf YouTube kommt es. Auf, du? Die Junkies an Bauenhoff nicht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. YouTube. Hier. Und zwar, äh, wir drehen gerade für Familie im Brennpunkt. Äh, echt? Warte, 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 du magst. Ich will nicht behalten. Aber er will nicht. Ich will nicht behalten. Er will nicht ein Kind haben. Dann wüsste, wir können so machen, wenn ein Kind kommt, ich kann dir gehen. Oh Mann. Nee, ich will meine Ehre. Nein. Und du gebe... Nein. Tu's nicht. Tu's nicht. Er zeigt Mittelfinger. Und er festfasst die Täter an. Magst nicht so, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Okay, Digga, mir geht's gerade nicht gut, man. ADS kickt gerade wieder zu viel, man tut unnetschig. Ich feiere mich. Ich heilere 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 mich. Ne? Ne? Ja. Ja. Ich bedanke mich. Vielen Dank für Ihre Meinung. Sie haben eine gute Meinung. Ich heilere mich. Krass, Menschen gucken einem jungen Mädchen zu, wie sie schwanger ist angeblich. Bitte noch mehr dramatische Musik rein, Bro. Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen. Wir gehen jetzt wieder nach Hause. Wow. Hose, was machen wir da? Ui. Der hässlichste Hund Deutschlands. Ja, Feini, Feini, ich hab dich vermisst. Das ist kein Feini. Keilo ist der Feini. Das ist kein Feini. Ich hab mich jetzt umgezogen. Eis in den Jets. Das ist kein Feini. Dass man meinen Bauch besser sieht. Geh ich mal zu. Wow. Was ist denn eine Bauchnabe? Krass, gell. Norenas Kumpel. Oh nein. Wer ist das denn jetzt? Ich fahr, ich seh Wald, ich seh das, ich seh das Ding. Wohin bringt die mich? Denkst, ich wollte dir was sagen, ne? Dass es unter uns bleibt, also... Wie soll ich das sagen? Ist das Güney? Ne, oder? Weil seine Freundin ist schwanger. Der wird Vater. Wollah, ja Bruder. Aber das darf wirklich niemand wissen. Schon Freitag? Man sieht das. Was? Das darfst du niemandem sagen. Bruder, natürlich sagst du nicht, aber Bruder, war mal bitte, ich sag ja. Wolle mal zu. Bruder, warst du nicht füchtern? Ist der Herr, warst du nicht füchtern? Er wollte das. Ist diese Reaktion echt? Fragen über Fragen. Du weißt, was ist passiert? Was ist denn passiert? Aber wir haben schon ein Video zu sehen. Bruder. Bruder, wie halte ich dir jetzt? 18. 18. Ja. Bruder. Es hat sich ausgebrudert. Danke, Faustgitz, für den Free Upload. Jetzt müssen die Videos ja nur noch 8 Minuten gehen, deswegen können wir uns den Rest sparen. Hab mich gefreut, Faustgitz. Ich hab das Video auch gelaggt. Ich bin Shabbat 30.000 Lacks. Bis dann. Ich bin Shabbat 30.000 Lacks 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 30